Fußball heute! Wetttipps zum Eröffnungsspiel der Europameisterschaft Italien gegen die Türkei! Und das scheint ja eine klare Sache zu sein, wenn man den Buchmachern so mal vertrauen kann, denn die sagen, die Italiener sind klarer Favorit, man kriegt nicht mal eine 1,5er-Quote bei den meisten Buchmachern für einen Italien-Sieg. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, die Türkei, so schlecht sind die nicht. Sind sie natürlich auch nicht. Aber Italien hat 27 Spiele in Folge nicht verloren. Warum sollten sie jetzt damit anfangen? Ein Unentschieden wäre also das Maximale der Gefühle. Und dann muss man sich überlegen, soll man Türkei plus 1 wählen? Dann würde man das Geld zurückkriegen, wenn die Türkei mit einem Torunterschied verliert. Ich würde trotzdem fast so weit gehen und sagen, die Italiener sind klarer Favorit, werden mit mindestens einem Torvorsprung gewinnen. Und deswegen dieses Asian Handicap Minus 1 auf Italien meine Wette.